Nachdenkseiten Die kritische Website Frieden ist möglich Ein deutsch-russisches Filmprojekt in der Türkei Ein Artikel von Leo Ensel Es gibt sie noch, die Letzten ihrer Art Deutsch-russische Initiativen, die sich in der aktuellen Situation den neuen Feindbildern nicht nur verweigern, sondern genau antizyklisch handeln. Die Jugendinitiative Musik für den Frieden wird im Spätherbst eine zarte, westöstliche Romeo- und Julia-Geschichte verfilmen. Im türkischen Izmir. Was machen deutsche und russische Jugendliche, die sich auch in einer Zeit des Krieges und zunehmender geopolitischer Spannungen den verordneten neuen und alten Feindbildern partout nicht unterordnen und den Kontakt gerade jetzt keineswegs abbrechen wollen? Wie können sie sich angesichts der seit Beginn des Ukraine-Krieges dramatisch verschlechterten Einreisebedingungen persönlich treffen? Wo gemeinsam neue Projekte realisieren? Zum Beispiel in der Türkei, die für beide Seiten noch vergleichsweise leicht, sprich visafrei erreichbar ist. In Izmir, dem antiken Smyrna, das genau vor 101 Jahren, am 13. September 1922, im Zuge des griechisch-türkischen Krieges in Flammen aufging, bei den damit einhergehenden Auseinandersetzungen wurden mindestens 25.000, meist griechische und armenische Zivilisten, getötet und etwa 200.000 vertrieben. Izmir ist also ein so passender, symbolträchtiger Ort, um gelebte Freundschaft und Verständigung von deutschen und russischen Jugendlichen als Keim für eine friedliche Zukunft zu realisieren. Und zwar in Gestalt eines professionell erstellten Produktes, in diesem Fall ein Film für den Rest der Welt. Musik für den Frieden Musiker Radiamir Das Ensemble Mir, Mir heißt auf Russisch Frieden, aus Südbaden und das Jugendtheater Premier aus dem russischen Tver, haben sich für den Herbst dieses anspruchsvolle Ziel gesetzt. Vor fünf Jahren hatten beide Seiten sich zum Projekt Musik für den Frieden Musiker Radiamir zusammengeschlossen. Und sie sind in beiden Ländern längst keine Unbekannten mehr. Bereits im Herbst 2019 konzertierten sie gemeinsam und live in Russland, genauer in Tver und Moskau, in Deutschland und in der Schweiz, dort in Rheinfelden, Basel, Baden-Weiler und Freiburg. Russische und deutsche Medien berichteten begeistert. Auch während der Corona-Zeit ließ man sich von dem gemeinsamen Projekt nicht abbringen. Drei Musikvideos, unter anderem unter dem Titel Heal the World, wurden online über die Grenzen hinweg produziert und auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht. Eine entsprechende Verlinkung finden Sie im Schrifttext. Und vor einem Jahr, am 11. September 2022, wurde der Initiative in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche der Göttinger Friedenspreis verliehen. So sehen die Jugendlichen ihre Initiative. Musik für den Frieden ist eine deutsch-russische Jugendbegegnung für den Frieden im Zeichen der Musik, des Theaters und des Tanzes. Musik für den Frieden kommt aus der Zivilgesellschaft und zeigt auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass ein vertrauensvolles, inspiriertes und freundschaftliches Zusammenleben auch in schwierigen Zeiten möglich ist. Musik für den Frieden ist eine der letzten zivilgesellschaftlichen Brücken zwischen Deutschland und Russland. Und Musik für den Frieden ist eine leise Stimme, die aber gehört wird. Kurz, Musik für den Frieden denkt und handelt nach dem Motto des Konfuzius, es ist besser, ein einziges kleines Licht zu entzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Es versteht sich von selbst, dass beide Seiten nach dem 24. Februar letzten Jahres ihre Aktivitäten nicht etwa eingestellt, sondern jetzt erst recht auch noch ausgebaut haben. Sieht sich Musik für den Frieden doch in der Tradition des deutsch-französischen Jugendwerks, das nach dem Zweiten Weltkrieg mit dazu beigetragen hat, aus dem ehemaligen Erzfeinden Frankreich und Deutschland friedliche Nachbarn zu machen. Mittlerweile ist die Jugendinitiative in der Friedensbewegung gut vernetzt und erhält viel Zuspruch. Musik für den Frieden e.V. ist unter anderem auch Mitglied im deutsch-russischen Forum Berlin und umrahmte im Frühjahr musikalisch die Feier zu dessen 30-jährigen Jubiläum. Eine zarte, westöstliche Romeo und Julia Geschichten zu Zeiten des Krieges. Nun also ein gemeinsames Filmprojekt, realisiert auf neutralem Boden in Izmir und Umgebung. Anfang November drehen 15 Jugendliche des Theater Premier und 15 Jugendliche des Ensemble Mir gemeinsam mit ihren Projektleitern in der Türkei einen Musikfilm. Darin soll die Zerrissenheit und die Selbstzerstörung der Gegenwart thematisiert werden. Aber nicht nur das. Durch eine beispielgebende vertrauensvolle Arbeit stemmen sich die russischen und deutschen Jugendlichen dem Zeitgeist, der die Lösung von Konflikten nur noch in der militärischen Auseinandersetzung sieht, entgegen. In Izmir, einem Ort, der Morgen- und Abendland verbindet, aber auch für die brutalsten Morde und ethnischen Vertreibungen steht, soll eine zarte, westöstliche Romeo-und-Julia-Geschichte gespielt werden. Kompass für die Filmhandlung, so die Organisatoren, ist der europäische Humanismus. Theaterleiter Andrei Koryakov, Direktor des Theater Premier in Tver, wird Regie führen. Die Kameraführung wird von einem russischen und einem deutschen Filmemacher übernommen. Der Filmschnitt erfolgt in Tver. Musikalische Grundlage für diesen Film sind zwei Songs von Andrei Koryakov in David Vogt, einem bekannten Berliner Musikproduzenten. Die Gesangsstimmen werden im Nachgang in den jeweiligen Ländern einzeln aufgenommen und in einem Studio im Raum Freiburg abgemischt und gemastert. Am 31. Dezember 2023 soll die Filmproduktion abgeschlossen sein. Der fertige Musikfilm wird anschließend auf dem YouTube-Kanal Musik für den Frieden veröffentlicht und in den Social-Media-Kanälen beworben. Neben dem eigentlichen Musikfilm soll auch die gesamte Reise und Begegnung, schließlich handelt es sich um ein ungewöhnliches Mutmachprojekt zu Kriegszeiten, in einer Filmdokumentation festgehalten werden. Vor wenigen Tagen waren die beiden Initiatoren Thomas und Ulrike Vogt in Izmir, um die deutsch-russische Jugendbegegnung vorzubereiten. Sie trafen sich mit einflussreichen ortskundigen Vertretern der türkischen Friedensbewegung, die das Filmprojekt unterstützen möchten. Das ambitionierte Ziel des gesamten Projektes, die Öffentlichkeit in Russland und Deutschland soll nachhaltig erfahren können, dass zwischen jungen Menschen aus beiden Ländern auch heute Verständigung möglich ist. Wenn man nur will. Man darf gespannt sein. Auch Aktivitäten für den Frieden, sie ahnen es dunkel, kosten Geld. Die Organisatoren haben ein Gesamtbudget von 35.000 Euro einkalkuliert. Wer in dieser spannungsgeladenen Zeit ebenfalls kontrazyklisch handeln und auch etwas bewirken will, kann sich gerne hier beteiligen. Musik für den Frieden e.V. Emil-Bitzer-Straße 92 in 793-79 Müllheim im Markgräferland. Die Kontoverbindung lautet Sparkasse Markgräferland IBAN DE 24 68 35 18 65 01 08 72 11 43 Oder per Paypal über die Homepage musik-für-den-frieden.de Der Verein ist gemeinnützig und ist berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen. Dieser Beitrag von Leo Ensel ist zuerst bei Global Bridge erschienen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Inhalte.